Hi, wieder recht herzlich willkommen bei smartwatch.de. Wir werfen heute einen ersten Blick auf die Vidi Menzio Kleiner Delfin. Das sind diese beiden hübschen Kinder-Smartwatch-Modelle hier. Einmal für die Jungen, blau und hellblau, und einmal für die Mädels in rosa bzw. lilla. Beide Varianten unterscheiden sich nur optisch, sind also technisch identisch. Geliefert werden sie in dieser hübschen Metallbox mit Sichtfenster. Und wir werfen heute einen ersten Blick auf diese beiden hübschen Kinder-Smartwatches. Bei Vidi Menzio hat man sich dann für die Uhr Kleiner Delfin, für eine hübsche kleine Metallverpackung, entschieden. Das Ganze mit Sichtfenster. Wenn man die Uhr und alles Zubehör da rausgenommen hat, kann man die Schachtel vielleicht auch im Kinderzimmer für was anderes einsetzen. Lego oder vielleicht auch Stifte oder sonst irgendwas, was einem in den Sinn kommt. Oder man belässt einfach das Zubehör drin auf der Verpackung selbst. Ja, die ist relativ schick designt, wie ihr seht, deshalb auch die Idee mit dem Lego zum Beispiel. Ich würde sagen, machen wir das gute Stück jetzt einfach mal auf. Zack, Deckel ab. Und schon gibt es einen Blick auf die neue Kinder-Smartwatch. So sieht sie aus. Auf die schauen wir uns, beziehungsweise werfen wir gleich noch einen genaueren Blick. Darin ist hier gelagert, gut gepolstert. Und dann ist da auch noch dabei ein kurzes, kleines Handbuch. Eigentlich befindet sich auch noch eine Ladekabel im Lieferumfang. Das ist jetzt allerdings bei unserem Sample, was wir hier erhalten haben, heute leider nicht dabei. Aus designtechnischen Gründen jetzt hier mal beide Uhren im Bild bei uns. Noch einmal hier die Variante für die Jungs und hier die Variante für die Mädels. Ihr seht, eine sehr schicke Farbwahl. Also das sollte also für jeden was dabei sein. Die beiden Uhren sind dann komplett aus Kunststoff gefertigt. Was das eigentliche Uhrengehäuse anbelangt, das Armband, das ist standardmäßig wie bei vielen anderen Kinder-Smartwatches aus Silikon gefertigt. Die Uhr ist aufgrund ihrer Beschaffenheit und auch der Wahl des Materials dann auch wasserdicht. Sowohl zum Duschen, Händewaschen, Regenschauer und sogar zum kurzfristigen Untertauchen. Das macht der Uhr alles nichts aus. Allerdings beim Untertauchen müsst ihr beachten, nicht länger als eine Minute. Die eigentliche Uhr selbst bietet dann noch einige Besonderheiten. Zum einen mal, wir fangen einfach mal mit dem Display, würde ich sagen, an. Das ist ein 1,22 Zoll großes OLED-Display. Das Ganze löst hier in Farbe auf und mit einer Auflösung von 128x128 Pixel. Und das Ganze wird dann bedient per Touch. Außerdem gibt es hier an der Seite noch einen Schalter für die Bedienung. Und auf der anderen Seite, da ist dann der SIM-Karten-Slot verbaut. Mikro-SIM-Karten passen hier rein. Einfach die beiden Schrauben öffnen, SIM-Karte einsetzen und das Ganze wieder gut zuschrauben. Und dann ist es machbar, mit der Uhr zu telefonieren. Das heißt, ein Smartphone wird quasi bei dieser Kinder-Smartwatch komplett überflüssig. Wenn euer Nachwuchs das Teil am Handgelenk hat, könnt ihr dann mit ihm telefonieren. Er kann euch auch Sprachnachrichten senden. Und andersrum könnt ihr ihm natürlich auch Textnachrichten und ebenfalls Sprachnachrichten schicken. Denn es ist ja sowohl ein Mikrofon als auch ein Lautsprecher integriert. Betrachtet man sich die Uhr von der Rückseite, dann sieht man hier noch sehr schön die Pins, die zum Laden benötigt werden. Geladen wird die Uhr mit einer Ladeklemme. Die befindet sich im Lieferumfang. Und der Akku selbst fasst dann 400 mAh. Je nachdem, wie intensiv dann die Uhr benutzt wird, muss das Gerät früher oder später eben wieder an die Steckdose. Weitere Features, die die Uhr bietet, das ist zum einen ein Geofens-Feature. Das heißt, ihr könnt hier verschiedene Bereiche eintragen, wo ihr eine Warnung bekommt, wenn sich euer Kind dahin bewegt, weil ihr die selbst als gefährlich einstuft. Es gibt auch eine SOS-Funktion, das heißt, wenn sich euer Kind bedroht fühlt, werdet ihr da automatisch benachrichtigt. Auch mit Standort dann, wo sich euer Kind zurzeit befindet. Standort ist auch noch ein sehr interessantes Feature. GPS hat die Uhr auch drin, das heißt, ihr könnt jederzeit nachvollziehen, wo sich euer Kind dann befindet. Weiterhin hat man sich hier für das Armband auch noch ein sehr hübsches Design überlegt. Für die Jungs, da gibt es hier so einen Superhelden und für die Mädels, da gibt es dann auch sowas in die Richtung. Kann man sich dann mal ansehen jetzt hier genauer kurz, so sieht das Ganze designtechnisch aus. Ansonsten weitere interessante Features, es gibt eine Rufnummern-Hinterlegung, das heißt, maximal 15 Rufnummern können bei dieser Uhr hier per App angegeben werden, die dann das Kind auch anrufen können. Das heißt, Missbrauch ist hier quasi ausgeschlossen. Ansonsten gibt es auch noch ein paar grundlegende Fitnessfunktionen, wie zum Beispiel die zurückgelegte Distanzen, Schrittzähler als auch einen Kalorienverbrauchsmesser. Da kann man auch mal grob auf die gesundheitlichen Daten des Kindes dann zurückblicken. Um die ganzen Funktionen dann natürlich auch wahrzunehmen, die die Uhr hier bietet, zum einen natürlich, vergesst nicht eine SIM-Karte einzubauen und zum anderen braucht ihr dann ein Android- oder iOS-Handy, da gibt es dann die entsprechende App dafür. Dort wird euch dann diverses mitgeteilt, zum anderen zum Beispiel auch, wenn der Akkustand der Uhr zu neige geht, auch darüber werdet ihr benachrichtigt oder euer Nachwuchs hat die Uhr verlegt. Auch könnt ihr dann per App bzw. per Audiosignal von der eigentlichen Smartwatch sie dann wiederfinden. Das sind alles sehr, sehr interessante Features und ich würde sagen, das wäre es soweit mit unserem ersten Blick auf die Vidi Menzio kleiner Delfin-Kinder-Smartwatch. Diese beiden Varianten gibt es. Wenn ihr mehr zu dieser Uhr erfahren möchtet, dann schaut bei uns auf smartwatch.de vorbei. Den Link dazu, den gibt es wie immer in der Videobeschreibung. Ich sage vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Reinschauen und bis zum nächsten Mal.